Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute für auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Magic Dragons. Viel Spaß! Und da sind wir auch schon. Jetzt gucken wir mal kurz. Die haben keine Sterne gehabt. Und da bin ich jetzt. Ach, Entschuldigung. So, da. Machen wir noch voll mit rein. Ja, fangen wir mal drüber an. Spielen wir die Runde. Geht das je nach Zeit oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das sieht doch schon mal gut aus. Lass halt immer da. Aha, hier ist noch einer gewesen. Da, da. Hm, egal. Passt schon. Passt schon. Passt schon. Ich den da hinpacke und den dann da hin. Oh, das habe ich noch nie gemacht, drei Sternen, so normal drücke ich mal drauf und schau was passiert. Mal schauen, was rauskommt. Ja. So. 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 Was bräuchte noch hier? Die drei. Hm. Nein, noch nicht. Benutzen wir den. Dann nehmen wir schnell die nächste Runde. Oh, das geht nach Zeit. Oh, das geht nach Zeit. Oh, das geht nach Zeit. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Okay. Die drei Truhen zusammenstellen, schön, eine große Truhe. Noch zwei Minuten habe ich Zeit. Oh, ja. Okay, ich habe es geschafft. Zudi. Wie viele Sterne? Ach, gab es keine Sterne? Doch. Ein Stern. Ein Stern. Okay. Ich kann nicht mehr zum Camp. Dann gehen wir zum Camp. Okay. Tttt. Tsch. 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 Also Hmm. Was machen die noch hier? Ich brauche noch einen von diesen, glaube ich war das ein kleines. Gehen wir dann zum mittleren und dann kann ich nochmal eine Stufe weiter bauen. Okay. 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 Und wo war denn der, der Shop? Okay. 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 Hm. Hm. Oh. Oh. Gut. Dann kommt jetzt noch... Okay, jetzt haben wir das Geld ein. Jetzt schlafen alle. Hm. Stern. Geld sammeln. Eier, Stahl, Pflanzen. Pflanzen, 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 Pflanzen. Gut. Ja, das war's dann. Gut, das war's dann für's Erste heute. Dann hol ich mir mein Ticket ab. Und ich sag dir dann schon mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nicht mehr dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Schade. Vielen Dank.